Was ist das erste Mal? Mein Eindruck, das erste Mal, ja ich bin mit gemischten Gefühlen hergekommen. Ich habe mich also noch nie im Ausland behandeln lassen und musste, nachdem ich einen Termin bei unserem Hausarzt hatte, mir wurde also hier oben nach einer Entzündung ein Zahn entfernt und dieser Zahn war auch gleichzeitig ein Pfosten für meine Brücke. Danach bin ich zu meinem Zahnarzt und der hat mir ein Angebot gemacht und danach musste ich erstmal richtig schlucken. Dann habe ich eine Alternative gesucht und bin unter anderem dann zu Dental Breiten gekommen. Habe dort angerufen, mein Angebot auch reingeschickt und hatte auch eine Einladung hierhin. Wie gesagt, bin mit gemischten Gefühlen hierher, aber als ich hier das erste Mal die Klinik betreten hatte, fühlte ich mich sofort wohl. Gut aufgehoben, ich fühlte mich wie zu Hause. Das war mein erster Eindruck. Freundliches Personal, fachliche Beratung, doch ich war absolut zufrieden. Das war mein erster Eindruck. Kann ich nur die Klinik empfehlen? Ich kann einem Angstpatienten nur die Klinik empfehlen, weil man wird hier vorbereitet, man bekommt Vertrauen. Also ich habe absolut keine Angst gehabt. Nein, ich habe mich voll in ihre Hände gegeben. Ich war da absolut überwältigt. Ich fahre heute nach Hause mit dem guten Gefühl, glücklich, zufrieden und mit dem Gedanken, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Es war mit einer der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Fachliche Kompetenz, Vertrauen, Vertrauen ist sehr wichtig, Hygiene, Sauberkeit, freundliches Personal. Das ist für mich Dental Prime. Das ist für mich Dental.